In diesem Kurzvideo möchte ich euch die einzelnen Berechnungsmethoden aus dem Opening Range Breakout Pro Addon zeigen. Konkret haben wir vier Methoden. Classic, Open Close, Open High Low, Average. Die einzelnen Unterschiede werden anhand des FDAX Charts dargestellt. Der erste Chart zeigt die klassische Ansicht. Für die klassische Berechnung der Opening Range wird das Highest High und das Lowest Low der eingestellten Range verwendet. Konkret, hier haben wir das tiefste Tief und hier haben wir das Highest High. Die nächste Methode, die wir uns anschauen werden, ist Open Close. Für die Open Close Berechnung wird das Highest Open bzw. Close zum Lowest Open bzw. Close zur Berechnung der eingestellten Range verwendet. In diesem Fall sind es diese zwei Kerzen. Diese hier und diese hier. Die nächste Berechnungsmethode ist das Open HL. Für diese Berechnungsmethode wird die Opening Range als ein Bar betrachtet. Hierfür wird vom ersten Bar das Open verwendet und vom letzten Bar der Range das Close. Also dieses Bar und dieses Bar. Wenn das Close größer oder gleich Open ist, wird die Opening Range vom Highest High zum Open berechnet. Wenn das Open größer ist als das Close, wird die Opening Range vom Open zum Lowest Low berechnet. Die nächste Berechnungsmethode ist das Average. Für diese Berechnung wird die Average Range je nach eingestellten Opening Range des berechnet. Die ersten N Ranges werden dabei mit der klassischen Opening Range berechnet. Danach wird das Average der aktuellen und der letzten Opening Range gebildet. Somit bildet diese Opening Range quasi einen Durchschnitt der letzten 4, 5 x Opening Ranges, die man eingestellt hat. Natürlich ist es auch so, trotz dieser 4 verschiedenen Methoden kann unsere Search Condition so angepasst werden, dass für jede einzelne Berechnungsmethode die Signale dementsprechend generiert werden, wie man das hier sehen kann. Oder wenn wir in einen anderen Modi gehen, sieht man wieder, dass die Signale korrekt ausgegeben werden.